Oh, was ist denn das? Ah, der gönnt aber safe nicht. Oh, es wäre ehre, Mann, wenn er gönnen würde. Oh, Zimbo, komm, überleg's dir nochmal. Komm, überleg's dir nochmal, Zimbo. Hopp, Zimbo, du willst ja nicht bekannt werden als derjenige, der hier so eine Arschgeige war. Guck mal, was hier für gute Menschen sind, Bruder. Komm, gönnen. Scheiße, wie du noch kämpfst. Er lässt dich jetzt wirklich noch bis zur letzten Sekunde so... Nein, da geht nicht. Ich belief, ich denke immer an das Gute im Menschen. Er wollte, aber das Gute im Menschen hat gesagt, nein. Hast du ihn bekehrt? Ich glaube, ich habe ihn bekehrt, hä? Ich... Scheiße. Was macht er mit mir? Ist er denn voll Bronze? Nee, nicht voll. Hat er Gold vorne drin, der fickt uns, ne? Fickt mich. Denk mal bitte, was? Hörner zurück. Hörner zurück. Ach, du weißt gar nicht, wo du hinschlagen musst. Scheiße. Warte, Zimbo, warte, warte.